Hey, so, also Joel ist ja so besorgt, das ist ja herzzerreißend. So, okay, wir nehmen natürlich wieder mal die falsche Seite. Hey, bin ich blind oder was? Boah, 25 für den Dinger. Nice. Ist das noch was? Nee. Jetzt macht ein Ding, Ellie. Jetzt macht ein Ding. Ach, die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Nochmal 10, nice. Scheiße, wir hätten jetzt nicht wieder 10 Stunden zubringen können, bis man rausfindet, dass man den weiter bewegen soll, also, manchmal. Oh. Sneaky Pizzer, boah, hier. Das ist ein guter Platz. Ja, vom Bogen war ich nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, ne. Vielleicht, weil ich auch nichts getroffen habe, aber... Ja, das ist gut. Das ist gut. Scheiße, runter, runter. Scheiße. Boah. Alter, das ist ja gut. Nichts. Na, warte. Das ist ja gut. Alter. Arschloch. Er ist ziemlich viel los, weiß ich. Ja, das ist seltsam. Ja, das ist kein Essen. Das ist gar schwer. Wir haben nichts. Ja, hier. Hier wird es sein. Hier werden 60 Seiten. Ja, hier werden 60 Seiten. Ja. 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 Guck mal, da ist jeder hier vorne aufs Auto so gut. Ja, das ist wie krank. Oh, Mann. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber... Oh, Mann. Gehen wir zur Brücke. Oh, okay. Na ja, Ali. Sieh dir diese Welt an. Tja, wenigstens haben sie die beiden gekürtet. Ich dachte, sie hätten es aus der Straße. Ja. Jetzt müssen wir noch die zwei aus dem Scheiß dicker finden. Und dem Tod muss eine ganze Armee sein. Wie haben wir es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Eindriching! Woa! Ist klar! Na da, Mann! Ach, was war denn das wir jetzt nicht haben? Du Scheiße, Joel! Ahja, warte. Erstmal das hier. Ja, mit Gewehr werden wir auch mal ein bisschen wiederholen sind. Ah ja. Dawn of the Wolf, Part 2. Part 1 war schon scheiße und jetzt noch Part 2 hatten. Keine Ahnung. So. Oh man. Dankeschön. Alter, hier haben sie eine Falle gebaut. Joe! Oh, guck mal, was ist da drin? Ja, da oben. Nein! Du Arschloch. Scheiße! Du wirst brennen, Arschloch! Nein! Nein, 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 ich werde ihn nicht brennen. Höh? Buggy? Brenn, Arschloch! Du wirst brennen, Arschloch! Oh, Jesus! Zack! Damn, Eckbreaker! Woa! Hä? 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 Ich bin auf Deckung. Okay. Das ist schön, die Kids hier. So, und der nächste wird richtig brutal weggeboostet. Ach, ist ja auch mal meine Faust schon. Nein, du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich auch nicht. Du verdammt! Verdammt schon! Arschloch! Arschloch! Wo? Wo? Steakpeed? Scheiße! Alter! Scheiße! Boah, die Damen muss... Oh, Mann. Ertragen und überleben. Was? Ach ja, und diese Comic-Geschichte. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Sieg dir das ein. Ah, Aktion. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Ja. Oh, wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Oh, nice. Das hat erstmal ein komplettes Messer verbraucht. Bis jetzt hat es sich ja immer gelohnt eigentlich. Ja. So. Oh ja, okay. Sehr schön. So. No hope. Da geht's bestimmt lang. No hope. Okay. 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 Komm schon! Na bitte! Putz. Wir sind fast da. Fast. Ist klar. Ist klar. Gehen wir durch die Gasse. Jo. Und die Gasse heißen aber was Gutes. Ach. Der verdammte Truck. Ist schon gut. Bleib nur in Deckung. Oh. Damals. Du musst nicht denn was zu tun. Du bleibst es okay. Du bleibst es okay. Du bleibst es okay. Runter runter runter. Runter runter. Runter runter. Hat er nicht gehört. Ist klar. Na mein Freund. Das war's für uns. Also Joel wutschert echt nach. What the hell? Verdammt! Womit schießen die da auf uns? Alter. Seine Art Geschützturm. Bleib unten! Arschloch. Du wolltest den Zugang erfüllen. Ausgaben! Ah. Du wirst taco richtig aus... In Engage. Verst du! Manche. Gott! ciel, ä ellas! okay sie sagt mir nicht wissen dass Ich bin ein bisschen zu verhalten, aber ich bin ein bisschen zu verhalten. Nein, der fliegt hier an den Leute ab. Ich bin ein bisschen zu verhalten. Ich sage mich nicht, wir sollen das noch zerlegen. Alter. Ich hätte ja ne Idee. Töne. Ja, keine Ahnung. Das ist doch gut. Nein, nein. Ich werde das nicht mehr zu verhalten. Das ist doch gut. Ich werde das nicht mehr zu verhalten. Waaaah! Waaaah! Scheiße! Hey. was ist denn das für ein buggy so gewesen der typ steigt er auch nicht aus jetzt sitzt er da an seinem kleinen so 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 Du musst aufpassen. Okay. Ich glaube, sie sind weg. Äh, ja. Äh, ja. Äh, also... Okay. Ich würde schon sagen, mehr Abschlussbreit kann man ja gar nicht sein hier oben. Wow. Shit! Verdammt! John! Warte! Warte! John, hör an! Da! Ja! 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 Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest! Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier raus zu kommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bringen uns hin. Kommt mir nach.